Merkwürdig, dass sie uns einfach vorbeigelassen hat. Meinst du, sie haben noch was in der Hinterhand? Kuru, schau nach vorn! Dieses Schwert ist doch... Ja? Natürlich. Ich habe verstanden. Mach dir keine Sorgen. Aber, aber, Shiro, was sagst du denn da bloß? Ich käme doch niemals auf die Idee, eine Bitte von dir auszuschlagen. Du kannst dich auf mich verlassen. Im Umgang mit Schwertern und Messern kann mir keiner etwas vormachen. Du bist doch... Ich soll aus den beiden ein leckeres Gericht zaubern, ja? Sakura? Mato? Mato? Und Kuru sind auf den Feind getroffen. Das war's für heute.